Was die meisten ja nicht wissen, bei dem Film geht es ja gar nicht um so einen Planetenkrieg. Das ist ja eigentlich ein Familiendrama. Da gibt es diesen Bauernsohn, der hat plötzlich Superkräfte. Die hat er aber eigentlich noch nicht. Beziehungsweise die bringt ihm dieser grüne Zwerg bei, der mit den Spockohren. Und dann zieht der Bauernjunge los, um seinen Vater zu töten. Also diesen Das Dings da, dieser schwarze Ritter mit der Atemnot. Der haut dann im Zweikampf seinem Sohn... Nee, der haut dem Vater... Nee, das ist ja später. Also an der Stelle sind die ja noch gar nicht verwandt. Der haut quasi den Bauernjunge, zack, die Hand ab. Da stellt sich der Dings da voll vor den und sagt so. Ich kann es nicht so gut, aber so ungefähr. Ich bin dein Vater. Worauf der Bauernjunge natürlich total perplex, der rafft das ja dann erst. Nein! Das ist überraschend, oder? Ich kriege da jedes Mal eine Gänsehaut. Sie soll sagen... Diese wissen nur nicht? Das war das, dass, was es so gut engagement ist, aber das, was mein Name gehört, denn sage auf den Undze. Wir sehen uns Sch 조륙ingen noch anЕ und durch die Huse